Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Breaking News. Ich bin eigentlich gerade jetzt im Livestream gewesen, aber das Ding konnte nicht warten. Denn die WWE hat einfach mal wieder eine Entlassungswelle gestartet und diese ist übelst krass. Und zwar wurden entlassen Kurt Angle, gut, der war jetzt eigentlich nur noch hinter den Kulissen aktiv und war ja auch nicht mehr aktiver Wrestler und sowas. Der wurde entlassen, könnte jetzt natürlich aber noch hier und da vielleicht ein, zwei Matches machen in anderen Promotions. Dann haben wir Drake Maverick, was natürlich sehr eigenartig ist, denn dieser wurde erst vor ein paar Tagen für das Cruiserweight Classic Turnier bestätigt, wird da also kein Teil mehr sein. Dann haben wir Curt Hawkins, der eigentlich mit Zack Ryder zusammen gerade einen laufenden Kanal hatte, mit diesen Figuren, mit den Wrestling-Figuren und so weiter. Das war auch so ein bisschen von der WWE mit unterstützt, deswegen ist das auch ziemlich eigenartig. Dann richtig krass, Luke Gallows und Karl Anderson wurden entlassen, was richtig krank ist, denn man darf mal nicht vergessen, die sind nun mal auch Top-Stars im Indie-Bereich, könnten jetzt also entweder wieder zu New Japan gehen oder sind natürlich auch prädestiniert dafür, zu All Elite zu gehen. Das heißt, da wird auf jeden Fall eine ganze Menge passieren und ja, das wird natürlich auch, das sage ich schon mal vorab, Luke Gallows und Karl Anderson wollten die WWE schon mal vor einiger Zeit verlassen, haben sich denn da mal doch noch dazu entschlossen, einen Fünf-Jahres-Vertrag einzugehen, der jetzt gekündigt wurde. Dazu kommt auch die Tatsache, dass mit dieser Entscheidung AJ Styles wahrscheinlich nicht mehr ganz so glücklich in der Company sein wird, denn der hat sich auch öfter mal, naja, nicht so gut geäußert, beziehungsweise gab es auch schon mal so ein paar Gerüchte, dass AJ Styles wohl auch nicht mit allem so einverstanden ist, aber er hat ja nun mal seine Kumpels immer dabei gehabt, ist ja alles schön, aber die sind jetzt nicht mehr da. Das heißt, auf lange Sicht wird das für AJ Styles wahrscheinlich eine ziemliche Belastungsprobe werden. Dann haben wir Heath Slater, was natürlich irgendwie lustig ist, da ich heute noch ein Meme gesehen habe, dass Heath Slater gemeint hat, er ist jetzt der Nächste, weil Jindam Hall wurde WWE Champion, Drew McIntyre ist ja WWE Champion und damit hätten dann alle Mitglieder der 3MB den Titel gehabt, außer halt Heath Slater, den man aber eigentlich seit Jahren immer so als Jobber eingesetzt hat und jetzt sich dazu entschlossen hat, den ganzen Typen zu entlassen. Der Nächste ist Eric Young. Eric Young war auch eigentlich mehr schlecht als recht eingesetzt in der letzten Zeit, hat zwar gut mit Sanity gestartet, aber auch da wird man jetzt nicht weitermachen, da ist natürlich auch wieder große Möglichkeit, dass er zurück zu Impact geht oder halt auch vielleicht was bei All Elite startet, da wird New Japan wahrscheinlich eher nicht so die Richtung sein. Dann haben wir EC3, was auch ziemlich krass ist, denn auch hier jemand, der eigentlich bei NXT gut eingesetzt wurde und in den Main Shows dann nicht weitergekommen ist, ihm steht, glaube ich, eine ganze Menge offen, weil EC3 war auf jeden Fall einer der ziemlich underratedsten WWE Superstars. Dann haben wir Aiden English, der in der letzten Zeit immer nur am Kommentatorenpult saß, obwohl er eigentlich in Ring möglich wäre, aber man hat sich irgendwann dazu entschlossen, ihn ans Kommentatorenpult zu setzen. War wahrscheinlich auch so keine gute Idee. Und zum Schluss Leo Rush. So viel zu dem Tweet, den ich zuletzt erst in den News hatte, von wegen, ja, WWE, wollt ihr mir irgendwas erzählen, dass er nicht im Cruiserweight-Turnier ist? Da hat er ja hin schon einfach mal fragen wollen, was da los ist. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, denn diese ganzen Leute wurden entlassen. Also Kurt Angle, Drake Maverick, Kurt Hawkins, Carl Anderson, Luke Gallows, Heath Slater, Eric Young, EC3, Aiden English und Leo Rush wurden entlassen. Und ich sehe jetzt hier gerade, dass es noch ein Update gab. Alter, ehrlich jetzt? Okay, ich bin nämlich, wie gesagt, live im Stream gerade. Ich aktualisiere jetzt nochmal hier die Homepage. Okay, auf der WWE-Seite stehen erstmal noch die Namen. Hat der Stream zufällig auch eine Quelle? Quelle sind mir nämlich immer sehr wichtig. The Iconics, Zack Ryder, Mickey James, Bo Dallas, Sarah Logan, Mojo Rawley, Lars Sullivan, Die Clones und Titus O'Neill. What the? Okay, okay, pass auf. Wir haben hier ein paar Updates. Okay, ich muss das jetzt mal hier live machen. Ist jetzt schwierig, das Ganze hier noch zu schneiden und so weiter. Okay, hier habe ich jetzt erstmal keinerlei weitere Infos darüber. Zack Ryder wäre natürlich auch krass. Scheinbar ist nicht nur die XFL insolvent. Das ist natürlich jetzt hier richtig krass. Eine fette Entlassungswelle hier nochmal von der WWE. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass das jetzt hier nochmal kommt. Man hat außerdem auch noch neun Produzenten entlassen und acht Superstars. So, das steht auf jeden Fall hier. Aber es sind ja schon wieder mehr Superstars. Oh, fuck. Billy Kidman, Mike Rotunda. Warte mal, den kenne ich, war da nicht auch GM? Pat Buck, Fit Finlay, Sean D'Avary, Scott Armstrong, Shane Helms, Lance Storm, was ist denn hier los? Alter, ist das gerade ein... Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Sarah Stock, okay, kenne ich jetzt nicht. Wurden auch alle entlassen? Alter, was geht denn jetzt ab? Das ist ja eine übelst krasse Entlassungswelle. Leute. Okay, das ist wirklich... Also, das ist alles real, was ich hier gerade erzähle. Ähm, alles auch auf der WWE-Seite zu finden und bestätigt und hast du nicht gesehen? Alter. Okay, das ist richtig krass. Ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da... WWE macht zu, ne? Gut, davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Aber sie dünnen auf jeden Fall viele Leute aus dem Roster raus, die man in der letzten Zeit eh nicht eingesetzt hat. Ähm, okay. So, warte, gibt's hier noch ein Update? Jetzt kommt die minütlichen Update rein, oder was? Alter. Holy. Okay, aber eine Bestätigung, die Iconics und so, haben wir da jetzt eine Bestätigung für, oder nicht? Das wird ein langes Video. Na, wir sind auf sieben Minuten. Ähm, so, aber ne, eine richtige Quelle dazu haben wir jetzt nicht, ne? Also, es ist auf jeden Fall so, dass die WWE jetzt alle Leute, die sie eh nicht einsetzen, ausgedünnt hat. Ähm, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist gar nicht so doof. Äh, trifft zwar jetzt halt erstmal eine ganze Menge Leute, aber es ist nicht so dumm, ähm, da die ja nun mal dann im Indie-Bereich ihre Karriere fortsetzen können. Hier bezahlst du halt die einfach, um zu Hause rumzusitzen. Das ist halt eine ziemlich doofe Geschichte. Ähm, dass man die denn, äh, zumindest entlässt, ist ja gar nicht so schlecht für die Wrestler, weil die halt weitermachen können. Ähm, ja, überall wird von den Namen bestätigt, äh, geredet, die ich jetzt hier gerade vorgelesen habe. Ähm, die anderen konnte ich jetzt bisher noch nicht bestätigen, aber da wird auf jeden Fall noch ein Update zu folgen. Wenn noch irgendwas ist, ähm, dann werde ich auf jeden Fall darüber noch berichten. Und, äh, ja, gibt's jetzt hier, man könnte sagen, die Ereignisse, Ereignisse überschlagen sich. Wir haben heute ein Double Upload. Ähm, ähm, ja, krass, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, checkt noch mein, äh, meine, äh, meine, meine, meine Newsausgabe aus, denn, äh, da wurde ja eigentlich heute bestimmt, dass die WWE weitermachen kann mit ihren Aufnahmen, aber das, äh, ist natürlich krass. Ähm, aber wie gesagt, ich finde den Schritt an sich gut. Für jeden Wrestler ist das eine gute Sache, denn die können jetzt einfach in dem restlichen Indie-Markt, äh, Fuß fassen und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für den ein oder anderen oder für die ein oder andere Wrestling Promotion jetzt durch die neuen Namen, ähm, wieder ein bisschen mehr an Bekanntheit und Beliebtheit zu gewinnen. Das heißt, äh, All Elite, Ring of Honor, Impact und Co. New Japan werden von dieser Entlassungswelle nur profitieren können, genauso wie alle Wrestler. Ähm, von daher, es klingt zwar immer erstmal schlimm, wenn man von der WWE entlassen wird, aber im Großen und Ganzen kann das sich auch als sehr positiv auch für uns Fans vielleicht herausstellen. Deswegen, ähm, ja, soweit erstmal die Infos für jetzt. Falls noch irgendwas kommt, checkt auf jeden Fall alles aus. Ich kann ja, wenn nicht, noch ein paar Updates über Instagram oder so raushauen, ähm, dann ist das vielleicht einfacher als immer nur ein YouTube-Video zu machen. Und, äh, ja, wir kriegen das alles hin, Freunde, ja, beruhigt euch, aber schreibt mir gerne doch eure Meinung zu dem ganzen Thema hier in die Kommentare. Äh, krasse Sache. Deswegen Daumen nach oben, Abo da lassen, ihr kennt den ganzen Spaß. Haut rein und tschau!